wir haben beschlossen eigentlich loszuziehen aber ich sehe gerade wir sollten vorher noch ein wenig kochen wir machen mal hier so ein paar kürbismahlzeiten und noch eine fischmischzeit kommt das sollte euch erst mal reichen wir gehen jetzt ins neue gebiet wir brauchen knochen damit wir überhaupt das eine ritual durchführen können für den der missionar möchte unbedingt der glaubensvollstrecker werden könnten wir ihm ja gewähren an was wo sind wir ich habe schon vergessen ok jetzt gucken wir erstmal hammer des kriegs treibers fällt nicht sehr schnell doch sein aufprall hat verheerende wirkung ok ok da muss man ja ullala schauen wir mal das ist nicht so schön glaube ich gewesen so gucken wir mal ja 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 waren das die kristalle kann das also knochen brauchen wir müssen wir mitnehmen wir müssen so viele knochen wie möglich sammeln knochen ist ja gut wir waren lange natürlich nicht mehr unterwegs das ging schneller als gedacht die waffe ist extrem langsam ich finde den chance output natürlich gut aber du siehst halt durch die langen also das ist mir zu langsam da habe ich ja doch lieber eine axt die ist ein bisschen schneller die sich ganz so langsam okay interessant interessant also die waffe ist auf jeden fall könnte sie extrem interessant sein und der kartenleger gibt es hier was neues was wir kriegen können scheint nicht nur groß ok dann zeigt man karo karte an oder hannik komme ich nur im herz mehr schlimmer herz herz ja doch herz mehr ok wer kommt denn da kalama er hat viele gefäße wie dich geschickt einer nach dem anderen fallen sie allesamt du bist weitergekommen als die meisten zugegeben also ja ich werde es sehr genießen zu sehen wie du den kult von innen heraus verfault linz war ich 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 fühle mich nicht so gut ok linz ist krank ok das bedeutet wir haben gar nicht so viel zeit wir müssen weiter ok wieder etwas neues bekommen sehr schön aber kristalle ich weiß gar nicht haben wir kristalle bekommen in irgendeiner form ja hier vier stück wir brauchen 25 alleine für den leuchtturm wir gehen den schnellen weg was bist du da eigentlich blumenkohl gibt es jetzt auch blumenkohl das wäre geil hab doch keine angst ich töte dich doch gar nicht mehr ich habe doch schon genug kaputt gemacht von dir wir wollen den schnellen weg ok ach wofür sind herzen gut wenn man sie nicht weg geben kann ich dachte einst dass ich meins für mich behalten würde zwei kinder hatte ich das war echte liebe und doch wurde mir an einem trüben sommertag meine verwundbaren kinder weggenommen ein geschenk sagten sie für für den den sie am meisten lieben jenen der wartet ich weinte ich klagte aber wie kann man sich einem gott verweigern wo ich sie wo immer sie sind ich hoffe dass sie genauso fromm und liebevoll sind wie ich ach ich wünschte mir ein leben voller gefühle das herzens statt eines vollen gedanken äh das wollte ich gar nicht ach man na gut jetzt haben wir haben wir das noch baut gibt es hier irgendwas so erstmal hier gucken was ist denn das fluch angriffsschaden erhöht sich ich kauf das ist das jetzt für immer geht das in meine sammlung ja sehr nice dann hat sich das schon gelohnt hier lang zu marschieren aber guck mal was sieht da er halte kleines geschenk dein großzügiger ein kleines geschenk aha wir können anhängern jetzt ein geschenk geben baut jetzt gibt es noch was nun herz so das war es ne ja weiter 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 und boss und dann zurück und dann müssen wir ganz schnell den zum heilen schicken ich hoffe wir haben genug kram so wie viel kriegen wir denn jetzt hier von dir 20 naja wie gesagt wir brauchen knochen deswegen muss ich die leider hier ne nicht dich dich machen oh da ist der kartenleser zeig mal was hast du schönes jetzt erhöht die chance besseren spawn thron zu bekommen das finde ich gut so weiter geht's dafür bist du natürlich ideal muss man einfach so sagen dafür ist der hammer einfach gold wert oh ok weiter geht's weiter geht's der hat einen rucksack ist das sowas wie ein goblin so ein gold goblin aus einigen spiel kennt man das ja ok was auch immer er war er ist tot ohne dass wir schaden bekommen haben das ist gut wir haben noch gar nicht unser x eingesetzt ne was was macht das nochmal äh ist das wirklich ok es ist der scheiß den mag ich überhaupt nicht muss ich jetzt leider so sagen aua ok ha ha so äh ne weife ja jetzt ist die für natürlich die frage groß wenn man eine schnellere waffe weil alle sind sie schneller glaube ich als der hammer hier schaden geht runter schaden geht runter aber hier geht der schaden gar nicht so viel runter zerstört ein ein gegner um einen geist zu entfesseln der gegnern angriff schwingt mit eiserne entschlossenheit das tempo geht hoch aber hier geht das tempo viel höher und der schaden ach so der schaden geht auf vier runter so rum wir gucken mal er wir nehmen die axt ich finde die axt ein wenig besser da habe ich den angriff nicht vorhersehen können schade 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 ok uh wer bist du denn aua 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 danke 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 sehr schön uns fehlt ein einmal holz fehlte uns weil uns geld fehlt immer noch ja aber wir verkaufen ein wenig holz ich bin wirklich am überlegen ob wir hier nicht noch mehr hin bauen können wir noch mal holz jetzt bauen ja bei holz müssen wir zweimal haben kommen wir bauen dich erst mal nach hier so dann können wir auch machen sehr gut ja wir brauchen halt 20 gold waren um diese eine deko zu bauen lieber bauen sollen wo sie denn also einmal ist das kann nur einmal gebaut werden wichtig dass wir dennoch mal hekel trophäe dann haben wir die nämlich auch den haben wir auch ich weiß gar nicht ob wir dich schon haben aber ich glaube ja so erst mal hier so könnten mal gucken ob wir noch eine toilette bauen können hier wir bauen noch ein kaka häuschen dann haben wir nämlich zwei das ist glaube ich ganz okay könnt ihr noch euer kaka häuschen bauen ach so wir hatten noch einen kranken wer ist wo ist der kranke wo ist der kranke wo ist der kranke hin kann ich ihn so auswählen jawohl genau du bleibst mal schön hier und heiz dich so und dann einmal loyalität danke also ich glaube dass mit dem wiederbeleben ist halt extrem wichtig wo ist unser missioner der muss los der der missioner muss losgeschickt werden ach so und das ist ja auch damit habe ich ihn ja gerade aufsteigen lassen ach da ist noch jemand hoch sehr schön ach kabal okay mein gut so gib mir mal auch dein geld so hier guck mal so okay dann kochen wir kurz und gehen wieder rein ich komme hier so loyal sind sie ab auch wieder rein neuer versuch neuer neues glück nie weiß zwar nicht ob wir genug geld haben aber wir müssen hier wieder durch so was haben wir diesmal das ist genau wieder so ne wieder so eine langsame axt ach man das macht wirklich keinen spaß das war gelockt aber wir müssen noch jetzt immun gegen gifte sein wenn ich das richtig verstanden habe okay und weiter geht's da bitte noch da okay uns fehlen halt uns würden wenn wir noch mal so einen laden haben immer noch glaube ich sieben münzen fehlen wir müssen wieso irgendwann mal richtig geld verdienen also so aua 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 eh puh das ist die sind die waffen sind mir einfach zu langsam sei es so wie es ist sie sind mir eindeutig viel zu langsam okay weiß halt nicht ob das hier also es hat schon mal ab und zu was gebracht da schon wieder kristalle gebracht also es bringt schon was hier alles klein zu hauen ne äh fluch angriff schaden erhöht sich das ist gut wir nehmen das damit ist der angriff schaden etwas schneller ua das sind wir ja fast übersehen das gab nichts aua aua o mention vergeben wir niemals mit der so nerwaffe also ich ich kann mich nicht daran gewöhnen an diesen kampfstil somit ist bisher nicht das bringt mir auch nicht viel also mit der schnelleren waffe könnte ich viel schnell also hätte ich viel schneller angegriffen dazu sagen kriegen wir hier irgendwo kristalle raus gras ist nicht verkehrt wegen gras maulzeiten ja das natürlich nicht das was ich mir hoffe ok schädelheizkette ist wieder eine langlebigheit okay wir könnten jetzt nach links gehen da kriegen wir ein herzen ich würde sagen wir gehen nach der essen nahrung müsste das hier sein also der schnelle weg würde ich jetzt mal sagen weißt du was noch schön wäre wenn sie selber kochen würden so ein bisschen aber blumenkohl ist natürlich auch was nettes kriegen wir jetzt ein herz oder wie sieht das jetzt aus mein herz mein herz okay ein bisschen was haben wir bekommen was ist das 100 haben wir nicht würde ich sofort kaufen wenn ich es könnte damit sind wir voll gehen weiter würde ich ja sofort kaufen noch ein herz mehr kann man es leider nicht leisten ich will schnellere waffe gab das jetzt glauben für mich insgesamt oder für alle da bin ich mir mal unsicher also wir haben ja schon einen ordentlichen schadens multiplikator also wenn wir treffen da macht das schon gut aua ne so ist es ja nicht aber wir gucken gleich mal so du würdest tempo zwei aber auch nur zwei gegeneinander geist frei und das ist ein kombo angriff also die waffe ist natürlich um ein vielfaches schneller aber die macht hat zehn schaden du 2,5 okay wir behalten die waffe mal und hoffen einfach mal ein zusätzliches herz verursacht gift bei gibt das ist gar nicht so verkehrt gerade bei einer langsamen waffe so was waren denn das hier konnten wir das irgendwie nee konnten wir nicht warte mal hier geht es noch nach unten wo geht es denn hier hin ich habe mich bewegt ich bin nur gegen eine wand darunter auch noch eine bombe we die da habe ich wieder ein bisschen was abbekommen aber alles noch im rahmen würde ich sagen okay hier geht es aber weiter nach unten ist das andere ein einzelraum was gibt es denn da schönes was gibt es denn hier ist der boss nee hier wollte ich auch gar nicht hin aua aua willst du mich ich roll auch noch genau rein ich roll auch noch genau rein das kannst du doch keinem erzählen hallo hallo naja da kommt nur ein pilzer rein so sieht doch gut aus sieht doch gut aus das auch perfekt holz fehlt uns noch ein bisschen aber ist okay bauen wir erstmal davon noch und wir müssen wieder verkaufen wir können jetzt erstmal blumenkohl ein bisschen verkaufen weil da kriegen wir noch ordentlich geld für ich gesagt dann verkaufen wir auch noch hier okay die fische wir verkaufen ein bisschen holz so und dann würde ich sagen packen hier noch rein dann haben wir sogar noch ein bisschen was übrig wir könnten natürlich aber ich würde das gerne sammeln damit wir ach so wir konnten wir konnten schon das habe ich gar nicht mitbekommen dass wir jetzt müssen wir mal hier wirklich gucken gefängnis die tröte ach so wir können ja hier das letzte kapitel freischalten so damit ist unser tempel auf max alle bauen so dran sehr nice höher geht es einfach nicht so dann können wir ja mal ja jetzt können wir hier erstmal noch ein bisschen sehr gut halt weil jetzt sind pro hütte 10 schon können wir noch können wir noch was drauf machen so was ist das denn göttliche holz 2 aha klo holz 2 also das finde ich holz finde ich gut was bedeutet das dann eigentlich genau das würde mich jetzt mal interessieren können wir jetzt in holz 2 bauen oder müssen mit kristallen können wir das bauen holz platz der stufe 2 mit kristallen ok wir brauchen aber 25 kristalle jetzt so oder so erst mal für was anderes ok also damit kann ich auch wie alle fälle schon mal leben da können wir mal ein bisschen noch rein tun dünger ist immer gut ich überlege gerade die wir jetzt weitermachen also ja das ist schon mal gut aber wir brauchen ein bisschen gold brauchen wir unterwegs haben wir noch 16 ok dann machen wir jetzt erst mal dich noch ein stimmt konnte man davon nicht auch stufe 2 schon bauen war mir nicht so hier wir brauchen sechs dann können wir stufe 2 bauen sehr schön oder haben wir schon stufe 2 weiß ich bin mir nicht sicher ich bin mir nicht sicher müssen wir dann gucken wenn wir genug haben na gut aber wir machen jetzt hier feierabend und versuchen uns erneut im neuen dungeon daher danke fürs zusehen und chöling